Hier ist Anna. Sehr oft bekomme ich von meinen Zuschauern eine Frage, wo kann ich diese Produkte, was du auf deinem Kanal präsentierst, auch kaufen? Hast du eine Webseite? Wo kann ich über die Sache, über die du erzählst, auch nachlesen? Das waren sehr viele Antragen und ich habe mich dazu entschlossen, diese Videos zu machen. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Heute möchte ich dir meine Internetseite vorstellen und ein paar Angebote zeigen, die du jedes Mal nutzen kannst. Du gehst auf koral-fib.chimdo.com Hier hast du die Möglichkeit, verschiedene Sachen anzuschauen. Das ist jetzt meine Homeseite. So schaut sie aus. Hier siehst du auch Videos, was auch auf YouTube zu sehen sind. Und ich möchte dir heute ein paar interessante Sachen zeigen. Und zwar, wir gehen auf Online-Kurse. Und hier findest du ganze Reihe interessante Möglichkeiten, dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Ich ergänze das ständig. Schau einfach rein. Die Themen sind immer aktuell. Und wenn du etwas nicht finden solltest, dann melde dich bitte bei mir. Ich ergänze das gern, damit jeder dann praktisch etwas für seinen Geschmack finden kann. Diese Angebote wurden mir zur Verfügung gestellt von meinen Kollegen. Alle sind Experten auf seinem Gebiet. Alle sind erfahrene Therapeuten. Das sind Heilpraktiker, Pilates- und Yoga-Lehrer, Hypnose-Therapeuten und so weiter. Angebot ist groß. Hier sehen wir zum Beispiel Pilates-Kurs. Ein Kurs, wo du lernst, praktisch deine Psyche zu entspannen und Burnout zu vermeiden. Viele Sachen für die Schwangere, zur Vorbereitung, zur Nachsorge, zur Rückbildung. Ich habe auch einen Kurs für die Tinnitus-Patienten reingestellt, weil die Thema ist wirklich sehr, sehr aktuell. Hypnose-Therapie beim Schmerzen ist auch sehr bekannt. Und hier kannst du das in Form von 4 CD erhalten und das auch ausprobieren. Ich hoffe, dass dir genauso gut hilft, wie dem Erfinder oder dem Autor Thomas Finninger, der hat selber viel mal mit dieser Methode seine Schmerzen beseitigen kann. Von allem, was die Zahnschmerzen angeht. Aber wie gesagt, der schreibt, dass es egal, welche Schmerzen sind da. Bei allen kann man das anwenden und ausprobieren. Dann habe ich auch natürlich was über die Ernährung reingestellt, wo man einfach lernen kann, gesunde und leckere Gerichte zu bereiten. Und einen Detox-Kurs mit grünen Smoothie und Säfte. Das ist auch sehr, sehr interessant. Und von allem, jetzt kurz vor dem Frühling soll man entgiften, weil hier ist ja ganz gute Zeit, wo die Leber sehr aktiv, Gallenblasen ist sehr aktiv. Man soll das einfach mitnehmen. Also es gibt sehr, sehr viele interessanten Sachen. Bitte schau dann rein und informiere mich einfach, wenn du irgendwas nicht gefunden hast und gerne möchtest. Dann werde ich dich weiterhelfen. Dann kannst du auch hier nochmal klicken, Rezepte und Ausbildungen. Hier findest du sehr viele interessante Sachen von mir, also Rezeptideen vor allem. Oder Ausbildungen. Das sind jetzt Live-Ausbildungen, die ich mache. Neue in diesem Jahr ist die Gesundheitsschule. Darüber werde ich auch ein Video machen. Hier kannst du dich informieren, was da alles dabei ist. Hier ist alles beschrieben. Du kannst dann auch Informationen anfordern. Wir gehen jetzt kurz nochmal zurück. Also ich biete auch sehr viele verschiedene Massagen an. Du kannst die Kursen live bei mir buchen. Oder du kannst zum Beispiel ein Grundlage-Seminar für die Massage besuchen. Und danach hast du eine Möglichkeit, hier einen Online-Kurs zu buchen. Und dann eine Massagetherapeut zu werden. Da gibt es auch zwei Zertifikaten dazu. Schau bitte rein. Bestimmte Seminare sind schon abgelaufen. Die stehen dann hier unten. Aber ich biete das regelmäßig an. Deswegen schau immer wieder hier. Vielleicht passt dir eine oder andere Termine. Hier hast du die Möglichkeit, auch bestimmte Gesundheitsprogramme anzuschauen und ausprobieren. Und natürlich auch etwas über bestimmte Produkte nachzulesen. Ob das jetzt Gesundheits betrifft oder natürliche Kosmetik, Haushalt oder täglicher Schutz. Hier gibt es sehr, sehr viele interessante Sachen. Auch monatliche Angebote, wo du sehr viel Geld sparen kannst. Es gibt auch Produkte im Set, die grundsätzlich immer billiger sind. Hier nochmal geht es zu Angebote. Die wechseln monatlich. Wenn wir jetzt Angebote im März anschauen, dann sehen wir eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten, die bis zu 50% billiger sein können. Oder man hat Aktionen, wie zum Beispiel 5 plus 1, wo man 5 Produkte kauft und eine bekommt dann umsonst. Und die wechseln auch ständig. Also schau es regelmäßig rein. Es gibt auch Aktionen 1 plus 1 oder 3 plus 1. Wie gesagt, im Monat März ist jetzt 5 plus 1. Immer ständig wechseln. Über diese Seite kannst du auch bei Coral Club sich anmelden. Hier gibt es Anmeldung-Link. Einfach auf dich hier klicken. Hier kannst du dich informieren, was dir das bringt. Welche Vorteile du dadurch bekommst. Und wenn dir mein Projekt gefällt, kannst du mich gerne unterstützen. Ich werde sehr dankbar sein. Hier hast du die Möglichkeit auch seitlich gewisse Funktionen zu wählen. Zum Beispiel Produkte, was Gesundheit angeht. Man kann es auch hier klicken. Und dann kommt eine ganze Reihe verschiedener Produkte, die du dann auch in Ruhe anschauen kannst, weil du überlesen kannst. Also vor kurzem habe ich zum Beispiel Video über Zink gemacht. Hier kann man über dieses Produkt nochmal in Ruhe alles nachlesen. Auch Verzähl-Empfehlungen stehen hier. Und hier kannst du dann zur offiziellen Seite von Coral Club übergehen und das auch kaufen. Also schau alles in Ruhe an. Probiere bestimmte Sachen aus. Und wenn du Fragen hast oder irgendwelche Wünsche, kontaktiere mich gerne per Kontaktformular. Ich hinterlasse sowieso immer verschiedene Links unterhalb von meinem Video in Infobox. Schau auch nach jedem Video bitte da rein. Da sind auch verschiedene Informationen für dich gespeichert. Okay, das war jetzt alles, was ich dir zeigen wollte. Ich wünsche dir, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.